was geht ab leute heute reagieren wir auf mein neues musikvideo bros zusammen mit gary secret und baby freestyle mein holländischer kollege musikmüde habt ihr noch nicht gesehen leider noch nicht aber du hast ja schon so ein ausschnitt gepostet genau und baby ist ja sogar auch mit drin wir sind extra mallorca geflogen und wir schauen uns das jetzt zusammen an ich bin gespannt auf eure reaktion und vielen vielen dank auch freunde für euren support das war ja echt geisteskrank wie ihr gas gegeben habt bei den kommentaren bei den likes vielen dank für euren support dass ich der song das musikvideo so gut gefällt wir starten mit der reaktion rein rein da was für die fern was für die bros was für die sagten mach es nicht so was für respekt mach keine show was für die fans wissen jetzt und ich mach's für die leute haben sich auch gefragt ist der janik überhaupt gefahren nein ich bin nicht gefahren weil ich habe kein motorrad führerschein er kommt noch oder kommt noch oder was soll er eigentlich will was für die bros was für die sagten mach es nicht so was für respekt mach keine show was für die fans wissen jetzt und jetzt 100% vollgas sicherlich den ball flach was für mich können wir uns bitte kurz bei diesen übergang unterhalten crazy gegen die wand und dann bam da hat der kameramann guten job da ja auf jeden fall also das war crazy first try first try es war erster versuch nein es war nicht erster versuch okay wir gucken weiter für die bros für verwandtschaft treibt mir die augen jeden tag kommt der sandmann und jetzt geht es einmal um die welt bis an sandstrand speed boat level viel zu schnelle kriegst aus meinem bein wenn es die langen kippen weiß ich genau da draußen gibt es gibt so viele wespen aktuell ne bailey wurde auch gestern einfach von der wespe gestopfen ey jetzt auf jeden fall motorboot action das auch richtig will wir sind so oft fast gekentert das glaubst du gar nicht was ist das für eine sache so ob wir waren kurz davor zu kentern mit den ganzen jungs auf dem boot war schon klar ich finde diese drehung aber auch extrem heiß in dem video ich hatte angst mit kohl am steuer ja ok wir gucken weiter und ich will und ich gebe investiert in mich selbst mach das alles und noch viel mehr denn ich will und ich gebe für mein ziel ist mir wert macht das alles der weg ist schwer doch ich mache es für die ich fand das auch sehr geil so machst für die fam und dann sind so alle bei bros sind so alle reingesprungen das symbolisiert dass das diese message alle zusammen alle für einen alle zusammen für die fam für die bros vor allem für euch für meine fans und nicht für die leute die die ganze zeit am haten sind weil auf die scheiß drauf auf die scheiß ich habe gerade überlegt kann ich sagen aber bailey haut es raus mach keine show mach's für die fans wir sind jetzt on the road und ich mach's für die fam mach's für die bros mach's für die sacken mach es nicht so mach's für respekt mach keine show mach's für die fans wir sind jetzt on the road jetzt wird's episch ich fühl das richtig krass dass du genau dann weil die fans sind ja für dich das oberste weißt du und das sagst du mir auch immer wieder das war das war spontan da sind wir zurück geflogen da habe ich noch welche am flughafen erkannt also wirklich krass vielen dank für euren support jetzt kommt aber der zweite part und den finde ich am wildesten hat viele ziele packe mir sieben sachen in den koffer und fang an zu fliegen von hamburg nach Koblenz ab in den süden von frankfurt nach florenz ab winter ab frühling ich hab meine leute um mich rum wenn ich draußen und deshalb fühl ich mich wer war denn das wer war denn das wer war denn das das war ich glaube ich das war ich der fliegende holländer der fliegende holländer der fliegende holländer die überall frankfurt mallorca aber wenn ich zu hause bin ich meine das alles hier das kam nicht aus dich nichts mach vor dem sektenfang nicht allein tausend tricks und ich will doch nicht gib investiert in mich selbst mach das alles okay es geht 1 bis 10 okay cool war das gerade wie ich da saß das hat schon ein bisschen was von elevator boys gab aber war schon ein bisschen cringe oder Geile weiter, boy. Blick. Warte, 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 ich mach's. Wir machen zusammen, okay? Okay, wir gucken in die Hand. Let's go. Drei, zwei, eins. Wir TikTok ist alle cringe. Oh, jetzt sind wir auf der Yacht gelandet. Auf der Yacht. Wieso haben wir doch zwei Balle im Video? Oh, wieso haben wir zwei Balle? Leute, vielleicht habt ihr es gesehen. Das Ball wurde einfach überfahren von einem Auto. Oh Mann, ey, war wirklich so traurig. Dann haben wir einen neuen Ball gekauft und so. Ich mach's für die Fam, mach's für die Bros. Mach's für die Sacken, mach es nicht so. Mach's für Respekt, mach keine Show. Mach's für die Fans, wir sind jetzt on the road. Yeah, jetzt wisst ihr Bescheid, Mann. Ich mach's für die Fam, ich mach's für die Bros. Und ich mach's vor allen Dingen für euch, für meine Fans. Immer weiter, Yannick. Freestyle. Oh, ich hab ein bisschen gespuckt, sorry, Digger. Yannick, Freestyle. Leute, das Ende finde ich auch eigentlich ein Highlight. Okay, kurze Zusammenfassung. Was sagst du? All in all, ich fass mich ganz kurz. Ich find das Coloring extrem geil von den ganzen Farben, Kulisse. Also setz dich recht von anderen Musikvideos ab. Deine Skills sowieso, muss man gar nicht drüber reden. Ob das First Driver? Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich auch nicht. Aber im Endeffekt, geiles Videomann. Finde ich sehr nice. Und auch musiktechnisch hast du dich echt verbessert, Mann. Chalic Vibes auch. Also, es war ein absolutes Ja-Mann von mir und kein Nehmann. Ja, ja, crazy location. Deutz, Deutz. Das war richtig geil, die Lokation. Umgebung. Umgebung. Please, 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 please. In Deutsch, Deutsch. Ja. Freunde, ihr müsst ihr überlegen, Bailey kann eigentlich nur Hollands und Englisch und nur, weil er immer mit uns chillt, kann er Deutsch. Komm, wie krass er Deutsch sprechen kann. Nein, perfekt. Zehn oder Zehn? Zehn, Zehn. Auf jeden Fall nochmal einen Riesen-Dank auf jeden Fall auch an Luke, weil du hast es gerade gesagt, was den Song angeht. Was der für eine Arbeit macht, krass. Genau, Luke, auch ein sehr, sehr bekannter Rap aus Deutschland, hat mir dabei geholfen bei dem ganzen Song hier, auch beim Schreiben und so, weil ich habe mir gedacht, ich will mir jetzt professionelle Hilfe holen und ich will noch besser werden, habe ich mir Hilfe geholt von ihm und ich finde insgesamt, das ist jetzt echt geil geworden. Da wird noch viel kommen in der Zukunft. Bleibt gespannt, Leute. Abonniert, liken, kommentieren nicht vergessen. Checkt die Jungs auch ab. Bailey Freestyle, Gary Tudem Secret. Ansonsten, haut rein. Peace. Stopp, stopp, stopp. Ich habe eine wichtige Sache vergessen. Wo sollen die Leute den Song anhören? Natürlich auf Spotify, Amazon Prime, YouTube Music, Facebook. Und die Westen auch. Leute, Pump Bros, überall, Spotify, gib Gas und I love you. Peace out. Wir sehen uns. Peace.